Wir sind in den Top 8, Featured Match Dober, weil ihr ja ein krasses Deck spielt, habt ihr euch schon mal eine Vorrunde gesehen und damit ist es vor euch freigegeben, ihr habt 5 Minuten mehr Zeit ab den Tops und auf geht's. Hoch. Fassste. 1. Ja. Wer darf denn anfangen? Oh, nee. Jetzt ist er wohl direkt. Von dort. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......